Guten Nachmittag, guten Abend. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur heutigen Pinata Party. Oh, kenne ich das schon. Nur ohne Blumen, oder? Auf jeden Fall, da kommen sehr viel Riesen. Ja, oh, hier mit Blumen. So, ja. Okay. So, dann muss ich jetzt warten, bis alle irgendwie zusammen sind, damit ich spreche, sprengen kann. Ja, das geht es sowieso nicht. So. Gut. Das sagt, hier wird es beim Euro jemals wieder Zinsen geben. Ich glaube nicht, dass die Zinsen steigen werden. Jemals wieder, solange es der neue Euro gibt. Außer vielleicht kurz bevor er abgeschafft wird. Sozusagen als letztes Strohfeier. Ah, der Riese geht woanders. Also ich glaube, ich habe sogar die Debatte schon zweimal auf Filmen, auf Video aufgenommen. und auf YouTube draufgestellt. Das ist keine neue mehr. Das bin ich mir ganz sicher. Ja. 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 springen lassen ich kriege keine Wettbewerbe und der ab ab gut ab 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 So, dann machen wir das da. Gut, gehen wir dann gleich da hin. Ah, da werden jetzt gleich beide gefroren. Sehr schön. Da müsste er jetzt bald gehen. So, okay, ist er. Bravo. So, da habe ich zwei Matten gekriegt. So, okay. 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 Nice noch eine. Gut, der wird jetzt, wenn nicht noch was kommt, aber ich weiß es nicht, der wird euch gemütlich gewesen sein. Dann muss man aufpassen, dass mit dem Eis, dass ich die auf einen Fleck kriege, damit ich nicht zu viel Bomben verbrauche. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Okay. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, tschüss, papa. Okay.